Ich glaube, uns zeichnet ganz besonders aus, dass wir alles, was wir tun, aus der Kundenperspektive betrachten und versuchen, aus dem Blickwinkel unserer Kundinnen und Kunden bestmögliche Lösungen für die individuellen Themen zu entwickeln und auch umzusetzen. Das ist eine großartige Kompetenz, die wir hier in Bielefeld über viele Jahre entwickelt haben. Wir arbeiten im Team sehr eng zusammen, nehmen Spezialisten hinzu und sind dort in der Lage, dann wirklich egal welches Thema es betrifft, für unsere Kunden immer sehr, sehr gute, sehr nachhaltige und funktionierende Lösungen umzusetzen. Hier in Bielefeld befinden wir uns im Herzen von Ostwestfalen und in Ostwestfalen leben und agieren sehr viele erfolgreiche mittelständische Familienunternehmen. Wir als Privatbank haben dort eine ganz herausragende Position. Wir begleiten die Familien beim Aufbau der Asset Allocation. Die Kundenzufriedenheit ist deswegen auch hoch, weil es uns in den letzten Jahren sehr gut gelungen ist, gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden die Unternehmenskalkulationen festzumachen und dahingehend zu optimieren, dass in der Gewinn- und Verlustrechnung nennenswerte, positive Erträge aus dem Zins- und Währungsmanagement ausgewiesen werden können. Wir sind auch als Differenzierung zu anderen Banken in der Lage, Blankokredite zu vergeben. Wir wollen damit erreichen, dass unsere Kundinnen und Kunden eine perfekte Asset Allocation aufbauen und wir mit dem Kredit die Möglichkeit schaffen, dass auch Anlageklassen besetzt werden können, die bislang noch nicht investiert sind, um dann über den Zeitverlauf unter Rendite- und Risikogesichtspunkten eine individuelle, maßgeschneiderte Asset Allocation umzusetzen. Das Private Banking wird sich sicherlich stark verändern. Wir sehen in der Next-Gen einen viel höheren Aufklärungsgrad, die Transparenz ist größer und die Nachfrage nach einfachen, gut performenden Lösungen steigt. Die Kompetenz einer Privatbank liegt deswegen darin, und das ist auch unsere Kompetenz, komplexe Vermögen zu beraten, komplexe Zusammenhänge zu erfassen und dafür mit unserem eigenen Netzwerk mit den Kundennetzwerken ideale Lösungen zu entwickeln, die dann umgesetzt werden, die dann aber auch funktionieren. Für uns als Privatbank wird auch die Zukunft dominiert sein davon, unsere Kundinnen und Kunden durch alle Krisen, durch alle geopolitische Spannung hinweg zu begleiten. Und ausgehend von der sehr gut aufgebauten strategischen Asset Allocation wird es uns gelingen, das Kundenvermögen durch alle Marktphasen hinweg zu erhalten und zu steigern.